Was war denn das? Ja! War ein Junge! Los geht's! So ein verrückter, guten Tag! Kommentar von Nesimus Lya Spielt mal die Map, alter! Passt das nicht wie die Faust aufs Auge? Das hast du eben die ganze Zeit gesucht Ja Das war stark Starke Leistung Stark, ganz stark Definitiv ganz, ganz stark Passt wieder dein Körnerkissen bei dir Bacaboli 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 Ja Das war die 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 Ey, der muss doch Nö, einfach nö Der war ein Zentimeter neben dir Ja, oft reichen Zentimeter nicht Ach, scheiße Was machen Sie denn da? Ja, ich bin da fast runtergefallen Wie so ein Wiesel? Lalalalalalalala Das war gar nicht so einfach, diese scheiß Alter-Map, ey Ich mag diese Alter-Map, alter Schalalalalalala Cheesecake LP, mach mal bitte Battlefield 1 Wer das aussieht, like, 4 Likes, also nein Es sei denn, mir schenkt das jemand, weil 70 Euro habe ich jetzt gerade nicht über für so ein Spiel Aber das könnte man auch geil zusammenspielen Nö, einfach nö Da könnte sogar Vogel mitspielen Ja, der sagt ja nichts Doch, doch Ich habe mit Vogel schon mal, wo ich gestreamt hatte, da war Vogel mit im Stream Geil Ja, ne? Einfach geil Einfach geil Super nice Super geil Super geil, oder auch? Jawoll, es geht! 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 So, was machen wir jetzt hier vor lauter Schreck herpushen? Ein Freund! Ein guter Freund Ist das Beste, was ist gut für mich Ein guter Freund Ein guter Freund Ein guter Freund Das war jetzt verrückt da Hilfe! Ein guter Freund 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 Jede Woche Jede Woche neue Kannst du mal wieder F1 2016 Videos bringen von FIFA Zocker Kidul Ja, ich habe im Moment überhaupt keinen Bock auf Formel 1 Das ist aber nicht gut Ja Und das neue Spiel F1 2016 ist vom Dings her eigentlich genauso wie der Vorgänger Also ich bin da voll enttäuscht von Also im Prinzip hätte man sich da auch für 20 Euro ein Update holen können Das wäre das gleiche gewesen Aber nein, es sollte ja wieder 70 Euro kosten So, Taktik diesmal 5 Minuten durchhalten Und runtergeflogen vom Dach Ja, nö Oh, Alter Alter, ja wir spielen Alter hier, richtig Von der Seite habe ich hier überhaupt keine Möglichkeiten Huch Wie soll ich keine Waffe Was ist das denn für ein Scheiß Oh, ich weiß gar nicht, wo du die Dinger immer herkriegst Das war ja einfach schon wieder hier Ja, ist halt, Alter, da habe ich auch keine Lust 3-0 Wir spielen immer nur Alter, wenn er mal verloren hat Ja Ja Und weh so Weil du immer Wolkenkratzer aussuchst Und wenn du Wolkenkratzer aussuchst, suche ich Alter aus Ja, und da ich jetzt verliere, nehme ich gleich wieder Wolkenkratzer Nein, nein Doch, doch Nein, nein Doch, doch Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein. Oh, von Schmidi090. Du hast ja Abos verdient. Ist das nicht nett? Das ist sowas von nett. Das ist super nett. Guck mal, sind wir hier, bin ich ja schon die letzten fünf, sechs Folgen durchgegangen. Oh, ich muss wieder spielen. Wo laufe ich denn mal hin? Du kannst eigentlich auch stehen bleiben da. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich könnte eigentlich auch stehen bleiben und Kommentare vorlesen, ne? Ja, richtig. Aber willst du wirklich, willst du Alf pushen, wirklich 4 zu 0 verlieren? Ja, also so langsam müsstest du mich doch kennen. Es ist mir doch völlig egal, ob ich gewinne oder verliere. Äh. Solange ich Spaß habe. Aber da ich an Alter noch nie Spaß hatte und ich das nur spiele, damit du immer wieder ein bisschen glücklicher bist in deinem Leben. Äh, Alf. So, jetzt schmeißt du da Granaten. Ich stelle dich mal hier hin. Ich warte mal. Ein Freund. Ein juter Freund. Die ist der Beste. Boah, Alter, die landet genau. Die landet punktgenau. Perfekt, 100er Prezi am Start. Ja, die war echt 100er Prezi. Mal eine schnelle und feine und geile und schöne Folge hier. Am heutigen, ähm, am heutigen Sonntag, genau. Echt, Alf? Was hast du noch zu sagen? Suchst du noch Kommentare? Ich such noch Kommentare. Clash Royale schreibt Kacke. Kacke, ja. Das ist immer ein schöner Abschluss. Auch hier zur Situation. Ja. Ja, das war's für diese Folge. 4-0. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Für alle, die die Folge scheiße finden bei Pax Trader haten, weil der sucht die immer aus. Ey, 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 ey. Ja, so ist das hier. Jetzt stifte ich mal zum Hate an. Ein Hate, Leute. Hate ist doof. Hate ist dumm. Aha. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau, tschüss. Tschau, tschüss und auf Wiedersehen. Tschau.